liebe zuschauer liebe freunde der wertunion ganz herzlich willkommen zu einem neuen interview neben mir steht ralf piepenbrock und ralf piepenbrock ist generalsekretär der familienpartei deutschlands herzlich willkommen herr piepenbrock herzlichen dank herr piepenbrock sie sind polizeibeamter und sie sind generalsekretär der familienpartei deutschlands ich habe von dieser partei noch nichts gehört können sie da kurz mal diese partei vorstellen ja die familienpartei deutschlands gibt es mittlerweile seit 41 jahren ist von einem kinderarzt seinerzeit im saarland gegründet worden und zwar eben mit dem blick dass die werte und vor allem die wertstellung der familien familien sind für uns die kernzelle einer gesellschaft zu wenig berücksichtigung finden das traurige an der geschichte eigentlich ist dass dieser punkt der damals zu der gründung dieser partei geführt hat heute immer noch aktueller ist denn je zuvor haben sie denn mit ihrem politischen engagement ja probleme bei ihrem beruf als polizist ich glaube dass es sich mittlerweile durch die gesellschaft zieht dass der meinungskorridor immer enger wird und dass alles was außerhalb eines engeren meinungskorridors ist natürlich immer schwieriger und problematisch wird ich glaube nicht dass das ausschließlich ein problem innerhalb einer bestimmten berufsgruppe ist sondern leider gottes mittlerweile ein gesamtgesellschaftliches problem eine vollmitgliedschaft der wertunion war früher nur cdu und csu-mitgliedern vorbehalten nun hat sich die werteunion auch anderen parteien gegenüber geöffnet und auch menschen die keiner partei angehören warum sind sie der werteunion beigetreten das hat zum einen was mit meiner vergangenheit zu tun ich bin mit 14 jahren der cdu beigetreten und war auch mitglied der cdu bis 2015 was für mich wichtig ist ist die gemeinsame sicht auf bestimmte werte innerhalb unserer gesellschaft und werte in unserer gesellschaft die uns als land zu dem gemacht haben was wir geworden sind und die für unsere kultur und für unser demokratisches miteinander unheimlich wichtig sind leider gottes immer mehr verloren gehen einer dieser ganz wichtigen werte die ich gerade angesprochen habe ist eben die berücksichtigung der familien die eben die kernzelle sind berücksichtigung des mittelstandes davon leben wir und ich glaube nicht dass dieser enge meinungskorridor von einer mehrheit getragen wird wir haben einfach das problem dass eine mehrheit nicht mehr zu wort kommt und von daher halte ich das für ganz wichtig dass man in den schnittpunkten wo man werteorientierte sachen eben vertritt von mehreren getragen werden und das wieder in die gesellschaft hineinträgt wie schätzen sie denn die werteunion als eingetragenen verein ein kann ein eingetragener verein da irgendetwas bewirken ja das ist natürlich überlegung diese man sich stellen muss ich habe mich auch lange gefragt ist die möglichkeit die die werteunion ja nutzen möchte bestimmte konservative werte die in einer christlich demokratischen union ja auch lange getragen worden sind hat die werteunion tatsächlich die chance diese in die cdu wieder hinein zu tragen das sehe ich skeptisch trotzdem sollte man es nicht aufgeben und ich halte es eben für enorm wichtig sich nach außen zu öffnen weil es auch viele stimmen außerhalb der cdu gibt die eben für bestimmte werte wie familien demokratisches friedliches soziales zusammenleben auch außerhalb der partei existieren und einfach diese werte wieder zusammen zu tragen außerhalb eines politischen parteilich politischen spektrums nun kam heute hier bei der mitgliederversammlung des landesverbandes niedersachsen stimmen auf die forderten dass sich die werteunion ganz von der cdu abkoppelt und ja eigentlich eine eigene partei gründen soll wie ist da ihre meinung zu ich hatte bei einer subkonferenz genau die gleiche frage an ihren vorsitzenden an herrn dr maaßen weil ich es eben sehr skeptisch sehe ob es wirklich von der werteunion zu schaffen ist bestimmte christliche werte die eine cdu jahrelang ausgemacht hat wieder hinein zu tragen ich glaube aber der zeitpunkt der gründung was damit ja zusammenhängt eine eigenständige partei ist noch lange nicht gegeben wir haben das in der vergangenheit gesehen viele parteien jetzt ohne deren inhalt bewerten zu wollen angefangen von basis bürger für deutschland und wie sie alle da heißen sind alle nach einem kurzen aufflackern wieder in der versenkung verschwunden und wir brauchen eins ganz bestimmt nicht eine weitere aufsplitterung ich sag mal einer konservativen bürgerlichen mitte ich will nicht ausschließen dass das irgendwann der weg sein kann aber ich glaube der zeitpunkt ist noch nicht gekommen jetzt eine frage die ich auch heute simone baum gestellt habe brauchen wir denn überhaupt parteien wäre es nicht sinnvoller dass abgeordnete vom volk gewählt werden dann in den bundestag einziehen und keinen fraktionsfang haben und einfach nur nach ihrem gewissen entscheiden da treffen sie das pudelskern genau das ist auch ein gedankengang den ich oft mit mir trage diese sogenannte selbstbestimmte demokratie wo man vielleicht über bürgerforen und solche dinge direkt auf die politik einwirkt ich bin mir ziemlich sicher wenn wir auf dauer demokratie wirklich leben wollen dann wird sich das parteiensystem eventuell irgendwann erledigen müssen alleine um die demokratie als solche wieder darstellen zu können herr pepenbrock ich danke ihnen ganz herzlich für das gespräch danke ihnen